Wenn ich mal was anderes ansehe, ist doch peinlich. Das ist ein Hund, okay. Was ist das für ein Tier? Sind sie heterosektuell? Ja, fein. Das ist ein Hund, okay. Das ist wie ein Tierfix. Ich gucke drauf an, was für ein Tier. Ich habe schon eine Barmabue geklaut. Das ist lauerlich. Das ist lauerlich für ein Scheiß. Nee, das ist nicht scheiße, das ist wahr. Ich kann den Wichsen anhalten. Das ist ein Hund, okay. Sind sie heterosektuell? Nein. Sind sie heterosektuell? Nein. Sind sie heterosektuell? Nein. Das ist ein Hund, okay. Weil ich cool bin. Nee. Nee? Nee. Nichts or? Das ist ein Hund, ich kann die nicht ohne. Mütig istorgen. Und das meal überhaupt nicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017